Hallo und herzlich willkommen zu JudgeGaming und der letzten Mission unseres Collectible Guides. Wir befinden uns wieder in der Hölle, Mission 13, der Brunnen. Wir haben den ersten größeren Bereich hinter uns gelassen und diese Tür hat sich jetzt geöffnet. Dahinter findet ihr das erste Collectible, indem ihr euch hier rechts haltet und hier unten den Schädel aktiviert. Und wenn dann hier hinten diesen Stein wieder hoch springt, der ist nämlich jetzt aus der Wand gekommen, dann findet ihr rechts in der Ecke das erste Geheimnis. Ebenfalls noch hier in dem Bereich bei diesen beiden großen Statuen findet man, wenn man dem Hauptweg folgt, hier oben rechts auf der Seite die Automattesangate und der Hauptweg geht dann hier über die Schlucht weiter. Wenn ihr hier beim ersten dieser drei Seelenviecher angekommen seid und diesen dahin gerafft habt, dann öffnet sich die Möglichkeit den zweiten Geheimnis zu aktivieren. Ihr findet diesen, wenn ihr nicht gleich dem Geist hier folgt, sondern erst einmal runterspringt nach rechts und ihn hier aktiviert. Dann geht ihr in Richtung des Hauptweges weiter und haltet euch aber rechts und öffnet sich hier hinten eine Höhle. Und in dieser Höhle finden wir sowohl das nächste Secret als auch den Schalter für die klassische Doom-Map. Der Schalter befindet sich genau hier. Und hier öffnet sich die Doom-Map. Von der Doom-Map aus, gerade nach oben, weiter in der Höhle, finden wir das nächste Geheimnis. Ein Tipp von mir, geizt in diesem Level nicht mit der BFG. Man findet mehr als genug Munition dafür. Nachdem ihr in diesem Bereich alle Gegner geklirrt habt und die linke Treppe zu dem nächsten Seelenfresserviecher umgegangen seid, seht ihr hier innerhalb der Treppe ein Loch. Hier könnt ihr euch hin durchfallen lassen und das nächste Sammlerabweg mitnehmen. Nachdem wir uns den Hauptweg folgen durch diesen riesigen Tokenschädel haben fallen lassen, seht ihr hier eine verschlossene Tür auf der linken Seite. Also kommt von dort auf hier links. Um dort hinein zu gelangen, gehen wir hier einfach den Gang weiter und drehen uns hier oben nach rechts. Dort finden wir das dritte Geheimnis dieser Map und öffnen da mit diesem Schädel. Äh, die Tür mit diesem Schädel. Und ihr habt dadurch auch gleichzeitig eine der Herausforderungen erfüllt. An dieser Stelle möchte ich nun das letzte, nicht das letzte Let's Play, sondern den letzten Collectible Guide hiermit beenden. Äh, wie ihr seht, haben wir alle Erkundungen gefunden und alle Geheimnisse dieser Map herausgefunden. Äh, leider fehlen mir hier zwei Herausforderungen für die Kampferfahrung. Ähm, ich werde deswegen die Mission wahrscheinlich nochmal spielen müssen, aber wenn ihr diesen dritten Seelenfänger hier tötet, gelangt ihr direkt zum Endboss. Und da ich den nicht spoilern möchte, äh, schließe ich hiermit mein Collectible Guide. Und wir haben an allen 13 Missionen alle Extras und Sammelstücke gefunden, die es zu finden gab. Ich hoffe, das war euch eine Hilfe. Und für alle, die Doom jetzt noch anfangen wollen zu spielen, äh, tut's auf jeden Fall, das Spiel lohnt sich. Und, ähm, ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.